Hallo, heute zeige ich hier eine kleine Übung mit einem Pickling-Muster und dem Wechselbass mit der linken Hand. Ein Beispiel eines C-Dur-Akkords. Die Übung soll so klingen. Alles, was wir jetzt so machen müssen, wir greifen den C-Dur-Akkord. Rechte Hand zupfen wir gleichzeitig die A- und B-Seite. Dann Daumen D-Seite, Zeigefinger G-Seite. Dann wechseln wir den Bass auf die tiefe E-Seite und schlagen die an. Dann B-Seite, G-Seite und die G-Seite zum Schluss. Das ist schon das ganze Zupfmuster. Das solltest du erstmal langsam üben, bis du es einigermaßen schnell spielen kannst und es dann so klingt. Wenn du mehr Tipps zum Gitarre spielen haben möchtest, dann mach doch das Pluswerk und das Herzbrot. Schreib mir auch gerne mal in den Kommentar, was du gerne mal auf meinem Kanal sehen möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Lektion.